Ich bin so Single, dass ich mir mittlerweile sogar wünsche, dass jemand bei mir einbricht und sich auf mein Bett setzt. Oder so ein Dämon oder so. Ich habe sogar ein Boot gebaut, in der Hoffnung, dass der Clown von Georgie kommt. Mein Name ist Georgie. Wo ist der Clown? Gary, komm heim.